Hallo und herzlich willkommen. Heute bei mir Christina. Christina, in welcher Klasse bist du? Ich bin in der Klasse 8-3. Und für welches Projekt hast du dich entschieden? Für das Projekt Mode. Und warum? Weil ich mich sehr für die Mode interessiere. Hast du sonst irgendwelche Erfahrungen in der Richtung schon mal gesammelt? Nein. Und würdest du sagen, dass du das, was du da gelernt hast, dir später bei deiner Berufswahl weiterhelfen wird? Nein. Was sind denn deine Aufgaben? Was machst du da? Skizzen anfertigen für die bestimmten Kleidungsstücke. Und halt Kleidung strukturieren und auch Kleidung anfertigen. Und wie weit seid ihr da? Naja, jetzt gerade haben wir nur die Zeichnungen angefertigt. Okay, dann bedanke ich mich und wir sehen.